Du stehst kurz vor der Projekt-Status-Präsentation. Ich nehme dich jetzt mit und zeige dir, worauf ich ein Augenmerk überlege. Nimm die folgenden Punkte in deine Präsentation auf. Bist du zeitlich im Projektplan? Hast du die Projektziele bisher erfüllt? Was sind die künftigen Herausforderungen? Und wichtig ist auch, nimm Fragen mit, die du an deine Auftraggeber hast. Für das musst du genau wissen, wer an deine Präsentation kommt. Du willst bei deiner Präsentation eine ehrliche und transparente Rückmeldung. Schau beim Präsentieren darauf, wie sich deine Auftraggeber verhalten. Schau auf ihre Körperhaltung und wie sie auf Aussagen von dir reagieren. Dann kannst du auch direkt auf sie eingehen. Zeig die Auftraggeber Varianten auf, wie du weiter vorgehen willst, wie du deine Projektziele erreichen kannst. Fordere sie zu einer Stellungnahme dazu auf, so kann eine Diskussion entstehen. Damit kommst du Infos über für die zwei Phasen. Nimm die Chance wahr. Für da wünsche ich euch viel Motivation und bis zum Erfolg.